Ich habe 2017 mein Haus komplett entkernt und renoviert und habe dann über Heizung, Wasser, Photovoltaik, Speicher, Badsanierung alles über BSH machen lassen. Ich bin zu der Firma BSH gekommen, als ich mich interessiert habe für eine Photovoltaikanlage. Seit jetzt über zehn Jahren haben wir diese Anlage, sind sehr zufrieden, läuft bestens und auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Bei unserer Hausmesse ging es in erster Linie mal darum, dass weitere Geschäftspartner, Zulieferer von uns, Industriekunden von uns, sich hier präsentieren konnten und einfach die Kunden mal direkt braten. Vom Fachmann, von der Quelle wirklich direkt an den Endkunden. Bei der Hausmesse ist mein Highlight die Informationsflut für mein Bad und hier habe ich die Möglichkeit, das entstehen zu lassen. Jetzt erst mal Informationssammlung und später Praxis. Events bei BSH sind immer Spitzenklasse, so sind wir es gewohnt. Es ist immer First Class, was hier geboten wird. Es kommen viele Leute auf mich zu und fragen, wie warst du zufrieden mit dieser Firma und dann kannst du ein Feedback geben und ich kann 100 Prozent sagen, dass ich mit der Firma BSH zufrieden war.